WDR mediagroup GmbH 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 Was wagst du es, hier grausig aussehende hinzuschicken? Übrigens, nettes Vogelscheuchenkostüm. Wenn ihr schon hier seid, dann sollt ihr auch erfahren, was mir zu meiner schrecklichen Gestalt verholfen hat. Ich sah nicht immer so aus wie jetzt. Ich war einst ein Mensch, so wie ihr. Ein Mensch aus Fleisch und Blut und nicht aus knochigem Gehölz. Ich ging in den Wald dort drüben. Und da geschah es. Es existiert dort eine starke, düstere Macht, vor über 400 Jahren heraufbeschworen, um Gusshansdorf zu beschützen. Diese Macht hielt mich allen Anschein nach für etwas Böses. Und der Wald wurde für mich alle Zeit unendlich. Meine weiteren Pläne, die Janfried euch erzählt hat, gingen ja offensichtlich auf, Ei. Nun aber will ich diese Hülle aus Holz verlassen. Nun, lasst uns anfangen. Ich bin... Ich bin... Ich bin... ... Untertitelung des ZDF, 2020